Okay, hier waren doch die Pflanzen. Von ganz unten nach oben werde ich mich durcharbeiten. So. Na, na, na. Ihr könnt nur in Gruppen mir etwas antun. Da! Jetzt kommt doch die Spinne dazu. Da! Also wie viel so ein Frosch aushalten kann mit einer Axt, also das ist doch ein Wahnsinn. So. Okay, hier gibt es nur den da. Da! 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 Jetzt stirb! So. Okay, Spinne. So, jetzt gehen wir nach oben, denn weiter nach links geht es ja nicht. Da! Da! Ich versuche nämlich jetzt alles zu erledigen, denn umso höher, ich denke mal, unser Level ist, also unser Level der Waffe und auch unser Level, also von unseren Chars, umso leichter werden wahrscheinlich die Gegner dann, äh, ja, down gehen. Da! 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 Und zwar alle, beide. Da! So. Gut, sonst, das heißt, wir müssen jetzt hier lang zurück, weil es ansonsten nicht geht. So. Tschüss. Jetzt, was, von wo taucht diese Spinne jetzt auf einmal auf? Komm! Okay. Da. Gekisu macht das schon. Da. Wo finden wir jetzt eigentlich jetzt diesen Pfeffer? In diesen Containern oder, oder wie, oder was? Oder durch einfache Zutaten oder so. Okay, wartet, wir müssen hier wieder runter. Nein, du kriegst erstmal eins auf die Fresse von mir, du Flippo. Okay. 100. Da! Vergiftung lässt nach, oh Gott, erst jetzt. Da! Ich, ich drücke schon, damit du stirbst! So. Da! Da! Okay, ich treffe ihn nicht. Okay, Gekisu, was hast du? Was hast du da? Wasser wieder gefunden. Was ist hier links? Oh! Einfrost! Äh! So. Hier unten, genau, hier unten ging das nur hier durch diese Blätter. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt hier hinauf. Da! Ach Gott! Ich habe ihn nicht mal gesehen. Wartet. Nicht das. Ach Gott. Ach Gott. Zurück, zurück, zurück. Ganz langsam. Da warten eben schon die Fröscher auf uns. So. Hopp. Und doppelt. Na wartet, 100% erst. So, und jetzt. Dang. Alle beide. Nochmal 100. Okay, nur einer. Und das noch dazu ein Mist. Okay, Kisu ist einfach der Best. Okay, dann gehen wir hier wieder mal nach rechts. Von unten wieder nach oben. Da. So, gut. Von unten nach oben. Okay, hier war ich noch nicht. Das bezeugt dieser Container da. Da. Was hast du da wieder? Wie kannst du auf einer Leiter etwas finden? Kisu, spinn nicht rum. Scheiße, da kommt schon die... Okay, das war nicht auf. Okay, gut. Gut. Ich muss es nicht verstehen. Okay, hier waren wir noch nicht. Da. Da. Okay, okay, okay. Das scheint, wir machen irgendwas richtig. Habe ich genügend Blätter oder so? Nektar nur noch zweimal. Scheiße, ja auch nur ein Blatt. Und der Kuchen habe ich mehrere. Wie sieht es denn damit aus? Auch keine Zauber mehr möglich. Scheiße. Ich müsste eigentlich irgendwo... Wartet mal zuerst. Diese Fliegen da. Level ist das Wichtigste im Moment. So. Komm zurück. Da. So. So. Oh Gott. Nächster Flippo. Nächster Flippo? Was für... Spinn... ...st du, du Spinne. Ja, das tut sie. Komm. Zwei Spinnen! Das ist das, was ich so hasse. Das kann doch nicht sein, dass man... Ich verstehe es, wenn man ein Gebiet irgendwie neu ladet, dass da die Gegner spawnen. Aber noch nicht so kurze Abschnitte. Was hast du da? Auch nicht. Scheiße, und jetzt kommt dann wieder die Spinne. Das geht doch nicht. Da. Da. Jetzt reicht es. Du auch. Da. Das gibt es nicht. Oh, was hast du? Was hast du? Hauptsache, aufheben. Blatt gefunden. Blatt gefunden. Gut. Okay. Warte. Das war doch richtig. Also. Okay. Ich gucke mich einfach um. Äh. Weg. Einfach nur weg. Ich knallt... Ich knallt dich weg. Ja? Ich knallt schon hin weg. Hier können wir auch nicht durch. Aber hier oben ist... Ist etwas. Und Kisu hat hier etwas wieder gefunden. Kisu hat Wasser gefunden. Komm her, du Moskito. Ich... Blatt gefunden. Oh Gott. Das ist... Aber wenigstens ist es das das Gute. Das... Äh... Was ist das bitte schön für einen Satz? Ich beginne noch einmal. Wenigstens gibt es das... Geile Gute an den Kloppen von Gegnern. Äh. Das. Tschüss. Da. Tschüss. Dass die auch Blätter und so weiter droppen. Weil ansonsten... Ja, guckt euch das an wieder. Öl gefunden. Sehr gut. Der Frosch. Was macht der hier unten? Der war doch vor eben... Jetzt noch auf dieser... Auf dieser Brücke. Auf dieser Leiter hier. Das kann doch nicht angehen. Liegt hier etwas? Nein. Gehen wir jetzt mal hier nach oben. Moskito. Da. So. Ich muss gucken, was hier überall passiert. Okay. Hier geht es... Hier geht es eigentlich nur wieder zurück. Ich würde... Ach. Warte. Moskito. Komm her. Da. 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 So. Ich würde gleich mal sagen... Ich gehe jetzt mal hier nach oben. Ah. Spinne. Ja, das ist... Das ist... X-Rack-Aleich-Level... Elf! Gut. Sehr gut. Sehr gut. Spinne. Ich finde das so ein Unfair. Die können von oben nach unten, wie sie wollen, rumspringen. Sehr gut, Kisu. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Kisu. Ich heile dich gleich. Okay. Wartet. Er hat noch 29 Punkte. Sehr gut. Sehr gut, Kisu. Sehr gut. So. Hast du hier etwas? Nein, hast du nicht. Hier nach oben müssten wir jetzt eigentlich hin, weil hier oben sehe ich, dass da irgendwas ist. Kisu, hast du hier was? Hier? Okay, auch nicht. Kisu, was greifst du dort an? Okay, hier links geht es auch nicht lang. Ja, ich knabberle schon wieder an meiner Lippe rum, weil ich ja am überlegen bin, wenn mir nichts weiter einfällt. Entweder knabberle ich an meiner Lippe oder ich beiße mir in den Finger rein oder ich zupfe an meinem Finger oder so. So. Bäh! Scheiße, von oben kommt jetzt wieder die Spinne. Ich hasse sowas. Warte, nee, dich kriege ich jetzt. So. So. Okay, ein Punkterabzug bei Kisu. Das ist lächerlich, du blöde Spinne. Weißt du das? Da. So, Spinne weg. Nichts getroppt. Egal. Moskito. Schon wieder eine Spinne. Das ist doch ein bisschen unlogisch, das mit dem... Was sind... Was für Punkte sind jetzt auf einmal so geflogen? So viele. Da. Bist du? Nein. Du kriegst jetzt etwas. Und zwar... Ein Blatt. Da. Auf dich, Kisu. Schon wieder eine Spinne. Das ist das, was ich so hasse. Warte, die hat doch was getroppt, oder? Nein. Ich dachte... Das ist doch... Das ist doch immer wieder das Gleiche. Das ist so wie bei Ninja-Guiden der Vogel vom Boden immer spawnt. Da. 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 Auch wenn es nur ein Punkt ist. Da. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach oben. Durch die Brücke durch. Da. 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 Komm, Kisu. Kann ich dich eigentlich schon heilen? Nein, kann ich noch nicht. So, wir gucken uns das jetzt einfach mal an, wie das jetzt hier aussieht. Das sieht schon recht interessant hier aus. Ich möchte ja nicht im Kreis rumlaufen. Da. 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 Wieso kann ich... Wartet mal. So, 100 und jetzt schlagen. Okay, jetzt ist es gegangen. Hast du was gefunden, Kisu? Da. Blatt gefunden. Okay, sehr gut. Sehr gut. Da. 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 Das ist schon wieder so ein Mist. Da. Mein Gott, ich bin jetzt auch ruhiger. Ich weiß nicht. Ich möchte mich... Okay, ich glaube, nach unten müssen wir gar nicht hin, oder? Nee. Gut, das war hier nur so ein kleiner Übergang. So, ich glaube, wir gehen jetzt nach oben. Dort warten sie schon auf uns. Nein, okay, hier geht es nicht lang. Dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal hier lang. Oh, Flippo. Tschüss. Hier passiert auch nichts sonderlich Außergewöhnliches. Öl gefunden. Da. Da. Kisu, du musst leveln. Warte, komm her. Komm, Flippo. Nächster Flippo. Komm. So. Hopsala. Ja, jetzt kommen alle. So, ihr kriegt jetzt alle. Eins auf die Fresse. Guckt euch das an. Wie es die weggeflasht hat. Oh, hier ist eine Brücke. Hier ist eine Brücke. Wartet mal. Wo komme ich hier hin? Ah, hier komme ich... Ah, okay. Auf diese Brücke hier. Ich gucke mir an, wo die mich hinführt. Okay, ich glaube nirgendwo wirklich besonders. Nirgendwo, wo es wirklich brauchbar wäre. Gut, okay, wartet. Dann gehe ich zurück. Und gehe jetzt nach oben. Ich glaube... Ah. Ich glaube, dort muss ich auch überhaupt hin. da. Wartet, ich... Nee, wartet. Das geht sich noch aus, glaube ich. Mit dem Leben hier. Das Treffen der Viecher ist auch... Ja, es ist anscheinend richtig. Scheiß, Spinne! Da. Da. So, wir gehen jetzt wieder hier in den Norden. Nein! Wartet, wartet. Ich muss mich schnell heilen. Ich fresse ein Blatt. Wenn ich sowas habe. Ja, drei Blätter haben wir jetzt. Wir haben jetzt einige auch eingesammelt. So. Da. Da. Also, das ist ein... Ich würde sagen, auch... Äh, ein totales Labyrinth hier. Also, wenn man hier nicht wirklich überlegt, wirklich, wo man gewesen ist, dann wird das nichts. Man hat ja auch keine Map. Also, ich mag Herausforderungen. So ist es nicht. Aber das ist das Herumgespawne von den Gegnern. Bei jedem Schritt und Tritt. Das ist ein bisschen so... Geh ich hier jetzt runter. Ah! Nein! Ah, okay. Hier geht es weiter. Scheiße, wie kam man jetzt da zurück? Hast du hier was? Hast du hier was? Ist das der Kürbis, den du meinst? Zauberperle gefunden. Ist das nicht... Ist das nicht so ein Ding, womit man, äh, die komische... Unsere Zora-Zottel-Zopf... Zurückrufen kann? Äh, wieso schlägt er wieder nicht? Ich befehle ihm zu schlagen und er meint... Nö, nicht erbeugst und tut es nicht. Okay. Wir müssen... Was willst du, du Scheißspinne? Hier ist auch wieder eine, oder? Hier ist auch irgendwo eine. Ja, sag ich doch! Weg! Scheiße! Ich kann sie nicht sehen unter diesem... So. Hier war das. War das hier? War das hier, wo das Ganze aufgegangen ist? Nein. Das war ein bisschen... Ich muss da wieder hoch irgendwie. Nein! Da. Super. Was ist passiert? Was ist passiert? So. So. Hopp. So. Oh! So, aber... Ich würde jetzt sagen... Ich mache jetzt hier ganz... Eine ganz kurze Pause. Speichere das Spiel irgendwie ab, falls irgendwas passieren sollte, damit ich hier nicht wieder alles von neu machen darf. So. Und wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder bei... Let's Play Secret of Evermore. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt da einen Part... Daraus gemacht habe. Ach, scheißegal. Was rede ich da? Überhaupt. So. Es hat sich bei... Oh! Es hat sich da bei uns etwas getan. Und zwar... Äh... Pfff. Muss ich mal auf mein Leben wieder aufpassen. Äh... Äh... Eher auf Kisus. Ach was. Also Blätter können wir nur auf mich oder auf Kisus drauf tun. Wisst ihr was? Das Platz gebe ich mir. Weil ich habe für Kisus für alle Fälle noch Hundekuchen dabei. So. Wartet mal. Ich glaube, wir sind hier so ein bisschen falsch. Denn ich glaube, wir müssen hier etwas weiter hoch und dann nach rechts oder links. Wartet mal. Hier war das doch, ne? Scheiße. Da will ich nicht hin. Hier oben war das ganz genau. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo lang. Irgendwo lang, wo es nach rechts geht. Aber auf der gleichen Höhe. Das heißt, ich... Wartet mal. Ich bewege mich jetzt einmal kurz zurück. Genau. Und gehe diesen... Lass mich in Ruhe. Du Scheißfrasch! Und... Ge... Und... Tschüss! So. Da! Ich hasse dich! Was? Wieso passiert hier nichts? Ist die weiter unten, die Fliege, oder was? Da. So. Und? Da. Ich möchte alles töten. Ich muss leveln. Okay. Ich darf mich jetzt ja nicht verirren. War das hier irgendwo? Wartet mal. Oder war das hier weiter oben? Da war das. Ganz genau.